Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ich freue mich heute unser Ersatzteilshop Basics Pflege- und Wartungsset für die Prüllgruppe der EQ-Serie von Siemens vorstellen zu können. Grundsätzlich habt ihr ja sehr wahrscheinlich eine Prüllgruppe aus der EQ-Serie und wir haben das passende Pflegeset dazu. Und ich zeige euch jetzt einfach mal im Detail, was in diesem Pflegeset mit drin ist und dann könnt ihr einschätzen, ob wir der richtige Partner für euch sind, was ich schon denke. Also grundsätzlich sind hier die zwei Ohrringe dabei. Das sind die Ohrringe mit der Originalnummer 00636489. Das sind auch Originalohrringe vom Hersteller, also von Siemens. Diese Ohrringe haben einen Außendurchmesser von 9 mm, einen Innendurchmesser von 6 mm und sind an dem Brühkammer Zulauf verbaut. Die benötigt ihr da. Dann liegt noch ein großer Ohrring bei, also den kennt ihr dann sehr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch eure Prüllgruppe schon mal genauer angeschaut habt. Ist auch der Originalohrring von Siemens oder BSH, Bosch Siemens Hausgeräte und der trägt die Nummer 00625379. Und dieser Ohrring hat einen Außendurchmesser von 46 mm und einen Innendurchmesser von 38 mm. Der ist direkt am Brühkolben verbaut. Was ihr natürlich auch benötigt bei der EQ-Serie ist diese Formdichtung. Die ist speziell für die EQ-Serie und diese Formdichtung hat die Nummer 00622024 und die packen wir im Prinzip dem Set auch bei. Das sind grundsätzlich die Dichtungen, die ihr benötigt, um die Prüllgruppe wieder zu revidieren. Und ihr benötigt natürlich auch noch einmal Silikonfett, um die Dichtungen dann zu fetten. Also packen wir das auch zu dem Set. Und was unsere Sets dann so ein bisschen noch spezieller macht, als die, die es da draußen sonst noch so gibt am Markt, ist die bebilderte Anleitung. Das heißt, wir zeigen euch hier Schritt für Schritt, wie ihr diese Dichtungen tauscht und haben dazu natürlich auch noch ein paar Videos. Zusätzlich packe ich euch hier in die Beschreibung, zu welchen Geräten dieses Set passt, zu welchen Geräten aus der EQ-Serie. Und grundsätzlich sind das alles Originalteile. Nur wenn ihr die einzeln bestellt, kommt ihr entschieden teurer, als wenn ihr jetzt hier das Set nehmt. Und wir bundeln euch das gerne, damit ihr am Ende auch die richtigen Teile für eure Prüllgruppe habt und nicht irgendwie 10 Dichtungen da rumliegen habt, die ihr nicht braucht. Deswegen haben wir dieses Ersatzteilshop Basic Set. Und mir bleibt nur noch zu sagen, rettet eure Kaffeemaschinen und ran ans Werk!